Hallo, ich bin der Dennis und beim diesjährigen Dachzelt-Festival 2019 mache ich den Offroad-Workshop und bin deswegen auch hier in Langen-Altheim. Wir werden hier Freitag und Samstag jeweils ein freies Fahren veranstalten. Für alle die, die auch mit ihren SUVs kommen wollen, die nicht so viel Erfahrung haben, haben wir einen einfachen und einen schwierigen Parcours. Wir werden nach dem Workshop hier gemeinsam rüberfahren. Wer mit seinem eigenen Auto nicht fahren will, wir haben ein Offroad-Taxi organisiert vom Allrad Schmidt, der im Rahmen einer Spendenaktion euch hier rumfahren kann, wer das will natürlich. In diesem Sinne sehen wir uns am Dachzelt-Festival 2019 vom 16. bis zum 19. Mai am Brombachsee im Brombachseetal.